Ihr seid Niedisch und mich, ich bin nämlich für der Eismanufaktur, ich bin für Deutsche Witte Eismanufaktur Zäune, ich bin Valentin, und wir zeigen euch jetzt mal, wer man das klasse macht. Anfanget dort, da! So viel zu hoher nimmst, wir sind aber auch noch auf Goldach, zur Froneri AG, und dort wird wirklich klasse im laufenden Band produziert. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!